Willkommen zu einem weiteren Infovideo von E-R-Deutschland Digital Signage Inhalte erstelle mit dem kostenlosen Content Management System SignApps Express von E-R-Deutschland E-R-Deutschland offeriert eigene Media Player und Signboards für eine Vielzahl an Branchenlösungen. Mit dem kostenlosen Content Management System SignApps Express lassen sich aber auch eine Vielzahl weiterer Digital Signage Systeme auf einfache Weise steuern. Nachfolgend ein Beispiel wie Sie die Anzeige einer analogen Uhr auf Ihrem Displays integrieren. Um das Clock Widget zu aktivieren, klicken Sie zuerst auf Ihre Playlist in der die Uhr integriert werden soll. Danach mit einem Klick in die Mitte, um das Menü der Playlist zu öffnen. Jetzt erscheint auf der rechten Seite das Zeit-Menü. Hier einfach über das Dropdown-Menü die Widgets öffnen und dann das Clock Widget auswählen. Im erscheinenden Pop-Up-Fenster lassen sich nun die Optionen einstellen. Unter Duration geben Sie an, in welchem Turnus die Uhrzeit auf Ihren Displays refreshed werden soll. Zudem lassen sich hier das Zeit-Format einstellen, sowie die Farbvariante der Uhr mittels Front- und Background-Color. Alle Eingaben zu den Optionen gilt es nur noch mit OK zu bestätigen. Wenn alle Änderungen und Einstellungen vorgenommen sind, müssen diese nur noch auf die gewünschten Media Player oder einen USB-Stick übertragen werden. Dazu wie gewohnt einfach auf den Save- und Export-to-Player-Button klicken. Die neuen Inhalte werden dann unmittelbar via der gewählten Playlist bzw. via USB-Stick auf den angeschlossenen Displays angezeigt. Vielen Dank, dass Sie sich das Video bis zum Ende angeschaut haben. Sollten noch Fragen offen sein, melden Sie sich einfach bei uns. Auf Wiedersehen!